Und damit herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von BASED, eurem Politik-Podcast. Ja, eine weitere stürmische Woche liegt hinter uns, natürlich auch in Bezug auf den Nahostkonflikt, der immer noch flammt. Und natürlich auch zu den innenpolitischen Umständen, die momentan auch alles andere als rosig aussehen. Ich denke, es gibt Gesprächsbedarf und damit einen schönen guten Abend, Dominik, nochmal. Moin, moin. Hallo und ich freue mich auch, dass wir heute wieder einen ganz lieben Gast bei uns begrüßen dürfen. Bei uns ist Alexander Kissler von der NZZ. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. NZZ gleich Neue Zürcher Zeitung ohne I. Die Stadt heißt Zürich, das Adjektiv aber Zürch, also Neue Zürcher Zeitung. Okay. Ja, vielleicht direkt die Frage zum Start. Wir haben es schon angesprochen, eben anklingen lassen in der Einführung. Ja, der Nahostkonflikt soll natürlich heute auch das Thema sein. Und da springen wir vielleicht direkt rein. Deutschland war wirklich lange Zeit stolz auf seine Erinnerungskultur, natürlich an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Mit Stolpersteinen, Nie-Wieder-Bekenntnissen, ob auf Plakaten oder in Hashtags sollte die Bedeutung der Shoah natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Aber wie sieht es in der Praxis aus, Herr Kissler? Bleibt da mehr übrig als nur Phrasen? Ja, das ist eine große Frage. Mehr als Phrasen. Ich habe in meinem Buch geschrieben, Widerworte, warum mit Phrasen Schluss sein muss. Und habe darin die These, die noch immer nicht widerlegt worden ist, vertreten, dass Politik darin besteht, Phrasen so einander zu klöppeln, dass man es möglichst spät merkt, dass es sich nur um Phrasen handelt. Jetzt sollte man natürlich meinen, dass bei so etwas Ernstem wie der Erinnerungskultur das nicht gilt. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn man Parolen, wie sinnvoll sie auch sein mögen, immer wieder wiederholt, dann hört man irgendwann nicht mehr hin. Und das ist, glaube ich, schon bei unserer sogenannten Autochtonenbevölkerung so ein bisschen das Problem gewesen, so sehr ich das bedauere. Und bei den, wie wir jetzt gelernt haben, Neu-Hinzukommenden, so schlägt ja die Friedrich-Ebert-Stiftung vor, sollen wir also Migranten nennen, die Neu-Hinzukommenden, da kommen die natürlich in eine Erinnerungs- und Geschichtsgemeinschaft hinein, die überhaupt nicht die Ihre ist. Und das Problem haben natürlich schon viele unterschätzt. Man hat gedacht, naja, wenn Leute sich an Recht und Gesetz halten, das tun ja schon nicht alle, dann ist irgendwie alles schon da. Dann haben wir sozusagen so ein staatsbürgerliches Minimum. Aber das ist natürlich zu wenig. Ich finde, eine Gemeinschaft ist immer nicht, auch eine Gemeinschaft, die die gemeinsame Geschichte hat und gemeinsame Geschichten trägt, sich gemeinsame Geschichten erzählt, Geschichten halten, eine Gesellschaft zusammen. Und da muss es auch irgendeinen Grundkonsens geben an wahren Geschichten, an wahren Erzählungen, an Grundüberzeugungen, die sich über Geschichte und Geschichten vermitteln lassen. Und wenn eine signifikante Minderheit sich da schwer tut, die ablehnt oder die gar nicht kennt, dann haben wir alle ein Problem. Bringen wir es auf den Punkt. Auf den deutschen Straßen sind wir es jetzt ja gerade, zum Beispiel in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Herr Kistler, sprechen wir hier über einen importierten Antisemitismus? Ja, natürlich. Wir reden jetzt ja hier von der Sonnenallee. Ich wohne hier in Tempelhof. Nebendran heißt der Bezirk schon Neukölln. Also ich könnte da praktisch hinlaufen. Und wenn man dort durch die Straßen zieht, auch in friedlichen Zeiten natürlich, sieht natürlich, dass dort arabische Schriftzeichen bei den Geschäften stark dominiert. Dass wir auch ein arabisches Erscheinungsbild auf den Straßen haben. Was natürlich spätestens dann zum Problem wird, wenn es sich eben beißt mit Grunderzählungen, Grundwahrheiten und Grundtatsachen unserer liberalen, aufgeklärten rechtsstaatlichen Gesellschaft. Es gibt selbstverständlich den sogenannten Autochtonen-Judenhass. Es ist ja klar, jeder Judenhasser ist einer zu viel. Egal, welche Farbe, welchen Pass, welche Herkunft er hat. Das ist klar. Aber wir haben natürlich ein Aufschwappen eines migrantisch, genauer gesagt, muslimisch-arabisch geprägten Antisemitismus im Zuge der Migration. Und das ist einfach nicht hinwegzureden. Und dafür haben viele Politiker noch keine Konzepte. Nun ist aber ja auch bekannt, dass tatsächlich viele der Leute, der Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, die teilweise Kuchen verschenkt haben, auf der Straße der Kuchen verteilt haben. Und ja, dass faktisch das Existenzrecht Israels durch ihre Parolen abgesprochen haben. Da waren auch viele Leute dabei, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die schon doch lange Jahre hier unter uns weilen. Und da natürlich ganz klar die Frage, wo hat der Staat denn da versagt? Also wo muss man anfangen? Was ist da schiefgelaufen? Ja, das macht es ja noch schlimmer, dass es einerseits frisch Zugewandte sind, dass es Menschen sind, teilweise auch mit deutscher Staatsbürgerschaft oder doppelter Staatsbürgerschaft, zumindest die schon länger hier leben. Dann gibt es natürlich auch, das muss man bei diesen Fotos auch sagen, auch, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es nochmal, die sogenannten Autochton-Deutschen, die Bio-Deutschen, die sich da mit einreihen, also bis zu irgendwelchen, ich sage mal, linksverstrahlten, woken Kulturkriegern, die meinen, wenn sie Free Gaza rufen, dann tun sie dem Postkolonialismus eine gute Sache. Also das ist eine ganz ungute Melange. Da treffen sich sozusagen die geistigen Verlierer von verschiedenen mentalen Kontinenten in ihrer Ablehnung Israels. Das ist ganz schlimm. Sie haben jetzt, glaube ich, gesagt eben, was hat die Politik da falsch gemacht? Da würde ich sagen, einiges, da können wir auch noch drüber reden. Aber natürlich ist Politik auch immer Ausdruck der Gesellschaft, die diese Politik hervorbringt. Und ich glaube, da kann man sich als Gesellschaft jetzt auch nicht so einen schlanken Fuß machen und sagen, na ja, hätte man mal mehr Deutschkurse verlangt oder irgendwie die Bildungsprogramme verstärkt. Ja, mit Sicherheit auch, aber man hat sich natürlich auch als normaler Staatsbürger, nichtmigrantischer Herkunft mit gewissen Parallelgesellschaften arrangiert. Das waren am Anfang vielleicht nur kulinarische Parallelgesellschaften. Das ist ja ganz nett. Da kommt dann noch Shisha dazu und mehr Döner als Currywurst. Und man wählt und man geht wieder zurück und bleibt eigentlich unter sich. Also bevor sich solche mentalen Parallelgesellschaften verfestigen, gibt es ja schon vorher soziale und kulturelle Parallelmentalitäten. Das ist wirklich ein Problem, dass viele gemeint haben, diese Chimäre einer multikulturellen Verständigung sei ohne Anstrengung zu haben. Und oft hat man leider, leider, leider Toleranz gesagt und das Interesse am anderen gemeint. Wäre die Lösung gewesen, die Flüchtlinge überhaupt nicht ins Land zu lassen oder müssen wir erst bei der Integration ansetzen, dass da die Fehler gemacht wurden? Ich merke schon, es werden hier die ganz großen Fässer aufgemacht. Ja. Danach ist wirklich alles klar und hört auf mich, hört auf euch. Alle Probleme schwinden. Ja, und das noch vor Advent. Man muss natürlich unterscheiden. Erstmal Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, das ist ja alles nicht dasselbe. Wir haben Individualrecht auf Asyl. Das war ursprünglich auch nicht, glaube ich, für Menschen aus allen Herren Länder gedacht, sondern eher für unmittelbar Vertriebene aus Nachbarstaaten. Das Asylrecht ist individuell. Das darf geltend gemacht werden und muss dann geprüft werden. Also da kommt man jetzt auf momentan Gesetzlage nicht drum rum. Es sei denn, man geht ans Grundgesetz ran. Könnte man auch. Vielleicht muss man auch ans Grundgesetz ran. Da wird ja ständig was geändert. Es steht ja auch im Grundgesetz beispielsweise drin, auf das Asyl dürfe sich nicht berufen, wer aus einem sicheren Drittstaat komme. 99 Prozent kommen natürlich aus einem sicheren Drittstaat. Wir sind von sicheren Drittstaaten umgeben. Also da könnte man auch mal fragen, zieht man daraus vielleicht die Konsequenz, die Leute nicht zum Asylprüfungsverfahren ins Land zu lassen. Ich weiß, viele Juristen sehen das anders, aber diesen Vorbehalt gibt es im Grundgesetz. Dann haben wir zum anderen Migranten, für die natürlich es Aufnahmeverfahren geben muss, mit auch Ablehnungsbescheiden, die dann auch vollzogen werden. Und es gibt eben dann diese Asylbewerbe, die erkennbar kaum Chancen haben, dass ihr Asylbegehren anerkannt wird. Und da fesselt sich Deutschland mit gütiger Mithilfe der Europäischen Union leider selbst, das tut Deutschland nicht gut, das tut Europa nicht gut, dass jedes Asylverfahren auch das Aussichtsloseste erst einmal starten muss. Und das auch dann noch, wenn es läuft, und dann, wenn es abgelehnt ist, der abgelehnte auch noch nicht ausgeschafft worden ist, nach wie vor Leistungen erfällig werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Also auch wer abgelehnte Asylbewerber kann in Deutschland verglichen mit seiner Herkunftsregion unter Umständen ganz komod leben. Und das ist natürlich ein Pull-Faktor, ist doch völlig klar. Also ich denke, wer weniger, wer weniger irreguläre Migration haben will, wer weniger Menschen in Deutschland haben will, die zwar hier sind, obwohl sie keinen Anspruch haben, der muss natürlich die Pull-Faktoren reduzieren. Und das sehen mittlerweile ja sogar FDP-weite Teile der SPD so und vielleicht auch sogar drei, vier Grüne. Ja, da war es in den letzten Wochen ja auch schon, ja, bevor der Nahostkonflikt wieder so in dieser Härte entfacht wurde durch den Terrorangriff der Hamas-Diskussion da. Und da haben sich die Parteien ja auch schon umgestellt. Vielleicht kommt da jetzt ja noch mehr in Bewegung. Das ist ja schon die Rede, dass Scholz jetzt sozusagen seinen Schröder-Moment habe. Schröder, der gemerkt hat, oh, die Wirtschaft bricht mir hier in zwei. Jetzt mache ich als sozialdemokratischer Arbeiterführer, in Anführungszeichen, Neoliberaler, ebenfalls in Anführungszeichen, Politik mit der Agenda 2010. Heide Witzka, ja, mein defining Moment, meine finest hour war das. Hier bin ich, Gerd, und kann nicht anders. Und vielleicht hat ja Scholz so eine Art Schröder-Moment auch. Er hat jetzt ja auch ein Interview gegeben im Spiegel, wo er sich zur Härte bekannt hat, zu einer gewissen Härte. Wir müssen mehr abschieben. Wir müssen härter sein und sagen, wenn jemand keinen Anspruch hat, hier zu bleiben. Zunächst mal nur verbal. Aber ich meine, alle Veränderungen der Tatsache beginnt ja damit, dass man ausspricht, was der Fall ist. Und Herr Scholz spricht hier zumindest aus, was der Fall ist. Ob daraus dann praktische Folgen kommen werden, wir sehen. Aber Herr Scholz scheint doch momentan auch lernfähig zu sein. Ja, wir haben es jetzt bei Innenministerin Faeser schon gesehen, die sich nach langen Sträuben jetzt doch dazu entschieden hat, stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und auch der Schweiz durchzuführen. Das war ja vorher... Das ist natürlich immer die Frage. Ich habe es eben gesagt, was heißt Kontrollen? Das heißt, wie heißen Sie? Schönen Tag noch. Hier ist die warme Decke. Ja, das ist dann auch eine Kontrolle, ne? Ja, genau. Also es wurden ja schon... Es war so, dass da auch schon am ersten Tag direkt einige illegal Einreisende gefasst wurden. Aber das Problem ist dann halt, es wird halt... Sie werden verhaftet, aber eben trotzdem ins Land gelassen. Sie kommen also in eine andere Datei, würde ich jetzt mal ein bisschen flapsig leiden. Ja, so würde ich das, glaube ich, dem würde ich zustimmen, ja. Ja, jetzt haben Sie geschrieben in der NZZ, dass Deutschland kein Aufnahmeland für Flüchtlinge aus dem Gazastreifen werden soll. Den Menschen geht es dort aber in großen Teilen unglaublich schlecht. Wieso denken Sie, dass Deutschland da nicht helfen darf? Ja, nicht helfen darf. Das ist zunächst mal die Entscheidung der Bundespolitik. Ich bin ja Gott sei Dank nur ein Schreiberling und vertrete meine Meinung und mehr nicht, wie jeder Staatsbürger auch. Vielleicht hören ein paar mehr zu, wie hier zu unserem tollen Podcast. Das freut mich natürlich. Aber ich erteile natürlich keine Direktiven der Politik. Wer bin ich denn? Ich finde aber, bis zum einen natürlich in diesem konkreten Fall, wir reden jetzt hier von Menschen, die lange unter einer Regierung gelebt haben namens Hamas, die als Ziel hat, die Erde von Juden zu befreien. Das muss man ja ganz klar sagen. Die Hamas ist eine Terrorband. Die hat als Ziel, das hat sich auch so geschrieben, die Juden auszurotten. Das mag man sich kaum vorstellen, aber das sind wirklich niedergelegte, bekundete, genozidale Vernichtungsfantasien dieser Terrorbande. Die regieren dort in aller Brutalität, aber auch doch mit dem Einverständnis vieler Menschen dort. Also das sind jetzt nicht hier fremde Machthaber, sondern es sind dort Menschen, die auch mit diesem Judenhass groß geworden sind, die ihn großteils auch verinnerlicht haben. Da muss man dreimal aufpassen, ob man sich dort nicht also potenzielle Attentäter und Terroristen ins Land holt, was definitiv nicht alle sind, um das klar dazu zu sagen. Aber der Prozentsatz an antisemitischen, gewaltbereiten Judenhassern ist natürlich garantiert in Gaza größer als in Kolumbien, Portugal oder Polen. Das ist ja klar. Also da muss man aus Sicherheitsgründen, müsste man da schon sehr vorsichtig sein. Und zum anderen wäre halt meine Befürchtung, nicht meine Befürchtung, meine Beobachtung, Deutschland hat die Aufnahmekapazitäten erreicht. Deutschland hat die Aufnahmekapazitäten für Menschen aus fremden Ländern, die hier wohnen wollen, ohne davon zunächst einmal von ihrer Händearbeit zu leben, erreicht. Die Kapazitäten sind erschöpft, das sagen alle. Also im Minutentakt ploppen ja hier Nachrichten auf. Noch eine Turnhalle musste irgendwo belegt werden, noch ein Hotel gemietet werden, kaum noch Gelder da. Ja, sozialer Friede ist gefährdet. Es gibt immer mehr Bürgerbegehren gegen neue Asylbewerberunterkünfte in ganz, ganz Deutschland, von Flensburg bis Garmisch und Retour. Und das heißt generell ist, glaube ich, jetzt ein Punkt, wo die Regierung sich, die ja in erster Linie die Interessen der Staatsbürger vertreten muss, sich überlegen muss, ob man überhaupt noch Menschen unter diesen Bedingungen sinnvoll, vernünftig und menschenwürdig ins Land lassen kann. Insofern wäre ich dafür. Es gibt ja den Beeindruck von, das ist nicht auf dieses Feld bezogen, aber es gibt den Ausdruck von Imperial Overstretch. Also dass man sich überreißt in seinen Ansprüchen. Das ist natürlich erst mal imperial gemeint, also in Ansprüchen der Machtausdehnung, exterritorialer Art. Aber es gibt vielleicht auch sogar so eine Art internen Imperial Overstretch, dass man also sich für zu viele Krisenherde dieser Land zuständig erklärt. Und das Ergebnis kann ja nicht sein, dass wir dann in Deutschland zum permanenten Krisenherd werden. Damit ist den Krisenherden woanders auch nicht getan. Und ich glaube auch nicht, dass die deutsche Bundesregierung dafür das Mandat hat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und ich glaube, alle, alle Umfragen sagen momentan, bitte eher vorsichtig sein, was die weitere Aufnahme angeht. Ich glaube, wir können gleich gerne noch mal kurz dann auch auf die Bundespolitik gucken. Aber ich hatte noch eine Rückfrage, nämlich bezogen auf den Gazastreifen, auf Palästina und Hamas. Also man liest einerseits Artikel, wo die Rede davon ist, dass man mehr differenzieren müsste. Dann gibt es die Artikel, die sagen, ja, der Übergang ist doch relativ fließend zwischen Hamas und Palästinensern. Dann hört man aber auch zum Beispiel, dass die Hamas Palästinenser als menschliche Schutzschilder faktisch nimmt. Was denken Sie denn eigentlich, wie groß der Einfluss auf die Palästinenser, der Hamas ist? Und vielleicht auch, wie die Palästinenser grundsätzlich, na ja, auch auf die Hamas zu sprechen sind? Also da bewege ich mich jetzt im Bereich des gefährlichen Halbwissens. Ich will jetzt nicht in die Richard-David-Precht-Falle tappen und jetzt von Diamantenhandel oder sonst was formulieren. Dafür habe ich hier auch bessere Moderatoren als Markus Lanz. Ich schreibe über deutsche Innenpolitik. Da bin ich sprechfähig. Ich habe jetzt keine spezifischen Kenntnisse, was die Herrschaftsstrukturen der Hamas eingeht. Aber klar ist natürlich, wir haben dort eine Bevölkerung, ich habe es eben schon gesagt, die mit scharfem Antisemitismus kein Problem hat, für die das ein normales Narrativ ist. Wir wissen, dass die Herrschaft dort auch auf Gewalt beruht und dass eben die Hamas in ihrer terroristischen, in der Wahl ihrer terroristischen Mittel nicht wählerisch ist. Okay, dann belassen wir es dabei lieber und gehen dann direkt in die Bundespolitik, wo wir eben eigentlich auch schon so ein Stück waren. Nämlich da nochmal die Frage, wir hatten es eben schon angerissen eigentlich, von Olaf Scholz hört man ganz andere Töne in Richtung Migrationspolitik. Da hört man plötzlich, dass die Abschiebungen viel schneller möglich sein müssen. Wir merken auch in der FDP, wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, doch einen kleinen Umschwung. Und ja, man wehrt sich da gerade auch gegen grüne Ideen in der Migrationspolitik eigentlich doch sehr und erfreundet sich mehr mit der konservativen Richtung und mit den konservativen Meinungen vielleicht auch aus CDU an. Vielleicht da die Frage, glauben Sie, es wird denn nach dem Terror der Hamas ein Umdenken in der deutschen Migrationspolitik geben? Es muss ein Umdenken der bisherigen Migrationspolitik geben. Ob jetzt der Terror der Hamas da jetzt wirklich ein Grund ist, er mag der Anlass sein. Er mag der Anlass sein, aber letzten Endes brauchen wir ein Umdenken aufgrund der vorigen kurz skizzierten Notlagen in nahezu allen oder sehr, sehr vielen Kommunen Deutschlands, wo eben die Finanzierungsmöglichkeiten ans Ende stoßen, die Unterbringungsmöglichkeiten. Und was ja, das sagen dir alle Landräte auch, oft vergessen wird in der Debatte, es ist ja mit Unterbringung nicht getan. Also wenn 100 Menschen kommen, dann brauchst du vielleicht auch für 10, 20, 30 Kinder Schulplätze. Du brauchst Ärzte behandeln, du brauchst vorgeschobene Sprachkurse vor dem Schulbesuch etc. Und diese Leute haben wir ja gar nicht. Wir haben ja heute schon in vielen Gegenden Deutschlands einen Ärztemangel, einen Lehrermangel. Und genau diese Berufe würden dann ja wieder noch mehr nachgefragt. Und das heißt, die Knappheitskonkurrenz, die wir derzeit haben, sowohl was diese Berufe angeht, als auch auf dem Wohnungsmarkt, wird durch immer mehr Hinzuströmen natürlich angeheizt. Und dann wird natürlich ein sozialer Verteilungswettkampf in Gang gesetzt, der dann letztlich auf dem Rücken der weniger gut verdienenden Staatsbürger hierzulande ausgetragen wird. Die dann merken eben, es ist auf einmal ein stärkeres Ringen um Wohnraum vor allem, vielleicht auch um Plätze in der Kita, in der Schule, beim Arzt, wie auch immer. Ich glaube, das muss dazu führen, dass es ein Umdecken gibt, dass es ein Realismus, ein neuer Realismus Einzug hält. Und wenn nun Herr Scholz sogar von einer gewissen Härte spricht, finde ich das sehr bemerkenswert, weil bisher hieß es ja immer Steuerung und Ordnung oder Humanität und Ordnung, hieß es noch diese Woche im Bundestag, Humanität und Ordnung. Da können sich auch mittlerweile einige Grüne drauf einigen. Allerdings wird jetzt vielleicht vom Bundesparteitag der Grünen Jugend wieder eine ganz andere Tonlage zu hören sein. Zu den Grünen darf ich gleich eines noch kurz sagen. Die Anschauung der Grünen, die Grünen sind von diesen drei Parteien, würde ich sagen, am stärksten Weltanschauungsgetrieben. Und wenn man für Weltanschauungen auf dem Marktplatz der politischen Ökonomie genügend Nachfrage erhält, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Die haben sich ja nicht hier hineingegaunert in den Bundestag. Das ist ja Ausdruck des Wählerwillens. Und die sind relativ stabil, immer noch bei 14 Prozent. Also haben seit der Bundestagswahl von allen drei Parteien mit Abstand am wenigsten verloren. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Also es gibt eine starke, stabile Stammklientel der Grünen von vielleicht 10 bis 15 Prozent. Die gehen durch dick und dünn und durch Konjunkturen, Auf- und Abschwünge, Kobold- und sonstige Affären hindurch mit den Grünen. Die Weltanschauung der Grünen, glaube ich, beruht auf zwei Prämissen. Und die sind eben nicht liberal, nicht konservativ und auch manchmal nicht realistisch. Die erste Prämisse der Grünen Weltanschauung, der Mensch ist gut. Und wenn der Mensch dennoch das Falsche macht, dann muss er einfach richtig erzogen werden, dann macht er wieder das Richtige. Und aus dieser Grundüberzeugung heraus kommt eben dann diese Neigung, sich hier und da zum Erzieher der Nation aufzuspielen. Prezeptor Germaniae, das war mal eine stramm konservative Figur. Das ist heute ein bisschen die Versuchung der Grünen. Also den Menschen, weil er gut ist, von schlechten Handlungen durch gutes Erziehen abhalten. Das ist die eine Überzeugung. Und die zweite ist, die steht daran an, dass eben Zuwanderung gut ist. Weil ja auch, siehe eben prinzipiell gute Menschen kommen und wenn nicht, können wir die gut machen. Also wenn der Mensch an sich gut ist, dann ist natürlich auch die Migration, die in der Zuwanderung von Menschen logischerweise besteht, an sich gut. Und das beißt sich natürlich mit der Realität insofern, dass ab einer gewissen Menschenmenge wir natürlich mit einem realistischen Blick diesen Test gar nicht mehr machen können. Also wir können nicht sagen, es sind primär gute oder gut erziehbare Menschen, wenn einfach sehr, sehr viele Menschen zu uns kommen. Das ist ja völlig klar. Das ist eine Frage der Mathematik und hat jetzt nichts mit Menschenfeindlichkeit zu tun. Während konservative und liberale, vielleicht auch freisinnige, wie es in der Schweiz heißt, eher dazu neigen, ja, der Mensch ist eben, wie du so schön hast, aus krummem Holze. Er hat Gutes, er hat Schlechtes. Gehen wir halt irgendwie damit um. Treten wir uns nicht auf die Füße. Das finde ich viel sympathischer, realistischer und letzten Endes auch menschenfreundlicher, weil es den Menschen eben realistisch nimmt, in seinen Größen, aber auch in seinen Abgründen. Und ich glaube, dieser Realismus muss auf vielen Punkten zurückkehren in die Politik, weil uns sonst diese ganze Gesellschaft, von der Wirtschaft ganz zu schweigen, wirklich um die Ohren fliegt. Und ich möchte natürlich in keiner Bundesrepublik Deutschland leben, die dann irgendwann mal in gewisse Gated Communities zerfällt. Die einen können sich durch privates Geld Sicherheit leisten und die anderen müssen schauen, wie sie zurechtkommen. Ja, und die Wahl in Hessen und Bayern haben ja zum Beispiel auch bei der SPD eigentlich deutlich gezeigt, was die Bevölkerung möchte. Und die SPD wurde, oder an sich die Ampelparteien, wurden abgestraft. Und entsprechend bin ich da auch ein bisschen hoffnungsvoll, was die Migrationspolitik der nächsten Jahre angeht, weil das Volk ist eben nicht dumm. So, das war mein Wort zum Sonntag an der Stelle. Und wir wollen auch noch über eine andere Problematik beim Antisemitismus sprechen oder die andere Seite, von der auch Antisemitismus ausgeht. Nämlich haben wir nicht nur importierten Antisemitismus in den letzten zwei Wochen beobachten können, sondern wir haben hier eben auch aus sehr studentischen, weißen, gutbürgerlichen Kreisen Rufe gehört, wie in so einem Twitter-Video, das viral ging. Free Palestine from German gilt. Ich glaube, Jan Fleischauer und Tobias Blanken haben sehr treffend drüber geschrieben, dass hier Göttinger Studierende sind. Benni und ich als Göttinger Studenten können das, glaube ich, bezeugen. Herr Kistler, wie kommt es dazu, dass aus Studentenblasen solche Rufe heilen? Ja, ihr seid doch die Studenten, wisst ihr es nicht? Wir sind nicht dabei, wir sind nicht dabei. Ihr seid nicht woke. Ne, also ist natürlich jetzt nicht, man ist nicht automatisch antisemitisch oder israelfeindlich, wenn man woke ist, das will ich natürlich auch nicht sagen, wobei ich das woke natürlich kritisiere. Also wenn man, wenn man möglichst viel von sich erwartet und möglichst wenig von der Welt, dann nennt man sich anscheinend woke, also sozusagen die eigene Dunkelheit, die man zum Licht der Welt verklärt. Das ist ein bisschen bushaft jetzt von mir, aber ja, man sieht natürlich, dass der Selbsthass des Westens monströse Ausmaße annehmen kann. Und ich sehe hier wirklich den Selbsthass des Westens am Werk, den Meankulpismus, wie man ja auch sagt, also White Man's Burden, also der weiße Mensch oder der weiße Mann, der für alles, was schlecht läuft auf der Welt verantwortlich sei, also für den Kolonialismus verantwortlich sei, für die Ausbeutung der Menschheit durch den Kapitalismus, Zerstörung der Umwelt, weil er immer mehr Fabriken baut, Urwald abholzt, Fleisch isst, dann sind die Kühe noch schuld, weil sie die Umwelt verpesten, etc. pp. Also dieser Meankulpismus der Weißen richtet sich gegen den Westen. Und natürlich ist Israel eine Macht des Westens. Man kann sagen, ist die einzige wirklich westliche Macht im Nahen Osten, muss man klar sagen. Also es herrschen ja im Prinzip europäische Werte in Israel. Es ist die einzige wirklich funktionierende Demokratie dort mit Menschen- und Bürgerrechten, unbeschadet der Religion. Und dieser Selbstfass des Westens richtet sich gegen solche freie Staaten, in denen auch der Kapitalismus für Fortschritte sorgt. Also Kapitalismus ist auch immer so ein Feindbild. Und das kulminiert dann gewissermaßen in Israel. Es ist eine Nation in einer starken Selbstbehauptung mit einem notwendigermaßen starken militärischen Selbstbehauptungswillen, hochgerüsteten Armee zur Landesverteidigung, eine kapitalistische Nation, wenn man sie will, in Hightech und Biotech, ganz weit vorne. Und das ist, glaube ich, was Israel zum einen zum Feindbild einer selbsterklärten antikapitalistischen Elite des Westens macht, die den Westen hasst. Und zum anderen kommt natürlich dazu, dass dieser, dass hier gewissermaßen unter linken Vorzeichen das rechtsextreme Theorem vom Schuldkult wiederkehre. Und das ist natürlich eben ganz monströs. Und ich weiß noch, ich war vor ein paar Jahren mal in einer Diskussion und da war gerade zum Schwang, ja Hufeisentheorie. Da haben wir uns doch alle von verabschiedet. Warum hat man sich davon verabschiedet? Linke haben sich davon verabschiedet, weil sich extreme Linke nicht mit der extremen Rechten irgendwie Verbindung bringen wollen. Ich habe damals schon gesagt, das sage ich hier jetzt nochmal, ich halte nicht für falsch, die Hufeisentheorie. Man sieht es genau an solchen Fällen. Wenn ich den Westen hasse, wenn ich den Kapitalismus hasse, wenn ich mit der Freiheit der anderen fremdele, dann lande ich einfach an Ecken des politischen Spektrums. Und wenn ich da zusätzlich noch jetzt hier die Nation überhöhe und chauvinistisch werde, dann lande ich eben am rechten Rand des Hufeisens. Und wenn ich nebenher noch im Kampf für Postkolonialismus, Internationalismus und Freiheit für die Entrechteten am linken Rand lande, dann bin ich genauso ein trauriges Hufeisen-Phänomen. Ich wollte tatsächlich gerade eine Frage bezogen auf den Schuldkult stellen, nämlich, also ich wollte Sie eigentlich nur fragen, ob Sie in diesem Satz Free Palestine from German gilt, eben auch diesen Versuch erkennen oder hören, die Erinnerungskultur als Schuldkult abzutun, wie es genau diese Leute wahrscheinlich dann eben sogar von Rechtsextremen kritisieren würden. Das natürlich auch zu Recht. Das zeigt ja die völlige Schizophrenie. Das zeigt ja die völlige Schizophrenie und dass manche Teile des linken Spektrums, nicht alle, aber manche Teile des linken Spektrums meinen, sie wären absolut deshalb unmittelbar sofort und immer außerhalb der Kritik, weil sie eben links seien. Und das ist einfach falsch. Es gibt unfassbar dumme Linke, wie es unfassbar dumme Rechte gibt. So sind die Leute halt. Ich verstehe das gar nicht. Und wir sind aber oft groß geworden. Ich bin jetzt ja drei Monate älter als ihr. Man ist ja oft groß geworden. Das Linke ist das Progressive. Das höre ich ja heute noch, wenn ich Frau Saskia Esken höre. Das Linke ist das Progressive oder die Grünen. Wir müssen doch die progressiven Kräfte stärken und da meinen sie natürlich das Linke, weil sie selber link sind. Wenn ich sowas höre, aus linken Mund solche absurden Parolen, dann muss ich natürlich sagen, das Linke kann auch das total Reaktionäre sein. Das Linke kann auch das Unvernünftige sein. Das Linke kann das Sachwidrige sein, das Hass erfüllte. Und das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Jetzt nicht in Schadenfreude, aber dass man sagt, ein gewisser Teil des politischen Spektrums steht außerhalb der Kritik, weil er für sich ein Etikett übergestülpt hat, das ihn für automatisch gut erklärt. Da kann ich sagen, nein, das sind Selbstzuschreibungen, Selbstattributierungen eines Teils des politischen Spektrums. Und die darf und die muss genauso kritisiert werden können wie andere extreme Erscheinungen auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Und dass hier so diese, ich sage mal, diese verzertelten Studis, sagt man ja, oder diese verzertelten Studenten jetzt meinen, indem sie sich sogar solidarisieren mit Mordbanden, nur weil es gegen Israel geht und sie dadurch meinen, ihren Diskurs sprengen zu können, das ist wirklich ekelhaft. Ja, im Zuge dessen haben sie heute, glaube ich, getweetet, es folgten und folgen, ach da, ich muss kurz erwähnen, worauf sie das überhaupt getweetet haben, nämlich den Post von Greta Thunberg. Greta Thunberg hat ja heute, ja, eine Solidarisierung mit Palästina, wo sie Schilder hochgehalten hat, mit Free Palestine und so weiter, mit ein paar weiteren von ihren Mitbestreitern hochgeladen. Da haben sie geschrieben, es folgten und folgen nur jene traurige Gestalten in diesem Laden, die das Funzelicht des eigenen Verstandes für die Sonne der Aufklärung halten. Könnte von mir sein, ne? Das könnte von Ihnen sein, so ist es. Wie, es folgten und folgen, also es war auch in der Vergangenheit schon so, wieso denken Sie das? Ja, na gut, ich meine, ich habe ja jetzt, im Dezember kommt ja die Neuauflage meines Buches raus, die infantile Gesellschaft. Ja. So, noch kleiner Werbeblock, also aktualisiert, A ist es ein Taschenbuch, B ist es günstiger, 12 Euro und C ist natürlich aktueller. Aber der Ausgangspunkt damals war, als ich die erste Fassung geschrieben habe, 2020, war schon meine Fassungslosigkeit damals über die Heiligsprechung von Greta Thunberg. Ich meine, ich kann mir mein Buch nachlesen, vielleicht erinnert sich jemand auch noch dran, die wurde empfangen von Barack Obama, der UNO-Präsident, hat gesagt, diese jungen Leute sind das Gewissen unserer Zeit oder das Gewissen unserer Welt, muss ich mir mal vorstellen. Sie ist, glaube ich, vom Papst empfangen worden oder war zumindest in der Prima Fila in der ersten Reihe. Frau Thunberg hat jetzt vor kurzem doch den Ehrendoktortitel der Theologie in Helsinki bekommen. Also da fasst man sich ja an den Kopf, da würde ich sagen, alles nur noch Kabarett. Man hat also zu Lebzeiten, zu Lebzeiten sollte man sowieso niemand heilig sprechen, aber schon gar nicht jemand, der so jung ist und schon gar nicht jemand mit solchen extremen Förderungen, weil es war eigentlich schon, das war natürlich für mich jetzt nicht absehbar, dass es so dermaßen verrutschen würde, aber dass es doch von einer politischen Instinktlosigkeit sondersgleichen getragen ist, die also die eigene Empörung zum Erklärungsmuster für alle Übel dieser Welt macht. Das war eben schon damals absehbar, dass es eine Bewegung ist, die die eigene Unreife den anderen zum Leitbild erklären will und Unreife meint also jetzt ganz konkret die eigene Erregung absolut stellen. Man konnte ja nichts machen, egal was man macht, es war immer schon zu spät bei Frau Thunberg. I want you to panic. Das Haus brennt und der nächste, sie hat die gleiche Rede nochmal gehalten, das Haus brennt noch immer und wir müssten eigentlich alle schon tot unter den verkorkelten Planen unseres Hauses namens Welt liegen, aber so ist es ja nicht. Natürlich ist Klimawandel eine Herausforderung, ist Klimaschutz nicht abzulehnen, ist doch völlig klar, aber nicht mit diesen apokalyptischen Sendschreiben. Diese apokalyptischen Sendschreiben von Frau Thunberg, teilweise auch von Frau Neubauer, Neubauer sind eben von einer moralischen Rigidität, die dazu führen, dass man auch in anderen politischen Feldern den Kompass verliert. Und das sehen wir eben jetzt hier. Ich möchte jetzt aufgrund dieses Bildchens da, möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass sie mit der Hammers gemeine Sache macht. Das wäre jetzt ja auch wieder aber witzig, aber sie bezieht zumindest in diese Auseinandersetzung Partei auf eine sehr, sehr, wie ich finde, einseitige und unüberlegte und unabgewogene Weise, zumal dahinter ja noch eine andere junge Frau ist, die dann diesen Kurzschluss macht, der leider auch bei der internationalen Bewegung von Fridays for Futures oft anzutreffend ist, den Kurzschluss nämlich zwischen Klimagerechtigkeit und sogenannten Befreiungskampf. Also nach dem Motto make system change, not climate change. Das ist ja auch so eine Losung. Also Kapitalismus abschaffen ist wichtiger als Müll trennen. Da würde ich sagen, wenn mal jeder den Müll trennt, ist der Welt tausendmal mehr geholfen, als wenn wir den Kapitalismus abschaffen, weil im Zuge des Siegeszuges des Kapitalismus alles im All und die Welt eine deutlich bessere CO2-Bilanz hat als vorher, weil ja gerade der Kapitalismus sich gerade erneuert. Wir reden ja ständig davon, vom klimaneutralen Wirtschaften, dass wir anstreben und auch die Armut hat weltweit gesehen, das kann Ihnen Herr Ziedelmann jederseits sagen mit tausend Statistiken, die Armut hat weltweit zugenommen, seit es den Kapitalismus gibt, weil der Kapitalismus natürlich auch darauf angewiesen ist, Märkte zu sichern und das heißt auch Kunden zu haben, die seine Produkte kaufen können. Also er hätte Interesse daran, dass alle arm sind, würde er sich die Märkte kaputt machen. Und diese moralische Rigidität sehen wir hier jetzt eben in der Verquickung von Köffer und Klassenkampf und Klimaschutzkampf richtet sie sich eben gegen das freie Israel, das angegriffene Israel und es macht einfach diesen falschen Kurzschluss, dass man meint, man müsse immer auf der Seite stehen, die man vom Gefühl her für die Oppressed hält, also für die Unterdrückte. Und das ist ja hier auch das Slogan auf diesem Bildchen da, man soll also auf der Seite der Unterdrückten sein, und dann der Unterdrückten sein, Pardon, und der Drückten sind ja natürlich ausschließlich hier die Palästinenser. Dann verlinkt Frau Thunberg noch auf eine Seite der palästinensischen Jugend, die also mit Fake News, mit wirklichen Fake News Israel einen Genozid vorwirft. Also da macht sich natürlich Frau Thunberg dann schon mit Fake News Produzenten gemein, die Israel schmähen und hassen. Und das zeigt einfach, dass sie momentan weder einen politischen noch einen moralischen Kompass hat. Und man darf sich einfach nicht von süßen Bildern, junger Gesichter ins Boxern jagen lassen. Was mich heute Mittag doch auch wieder sehr geärgert hat, als ich diesen Post gesehen habe. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder diese Free Gaza Plakate und Palästina Flaggen auch auf Fridays for Future Demos gesehen. Es gab, den hatte ich vorhin erst in der Story, in einem Tweet Ende 2022, wo der offizielle Account von Fridays for Future postet, from the river to the sea, Palestine will be free. Es gab diese Anzeichen im Vorhinein. Fridays for Future hat sich schon oft positiv gegenüber der Critical Race Theory geäußert. Antikapitalistisch, alles, was sie vorhin eben auch gesagt hatten. Und plötzlich, als jetzt dieses Bild auftauchte, während des Konflikts im Gaza-Streifen beziehungsweise im Nahost-Konflikt, springen plötzlich alle Medien drauf, als wäre das etwas, was sich gerade erst entblößt hätte. Und ich kann nicht verstehen, wie die Medien tatsächlich, also liegt es wirklich an diesem blinden Vertrauen in diese Bewegung, dass sie uns den Weg weisen wird in die gute Klimapolitik? Das ist schon richtig, dass es diese Statements von Fridays for Future international schon länger gibt. Es gibt auch immer wieder, muss man sagen, umgerecht zu sein, Distressierung davon, von Fridays for Futures Deutschland, also muss man auch mal sagen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es, aber ich kenne nicht alle, ich wüsste jetzt noch nicht, dass es von Fridays for Futures für Deutschland ähnlich indiskutabel Stellungnahmen gegeben hätte. Gleichwohl sitzt man im selben Boot drin. Und auch Frau Neubauer muss sich dann irgendwie fragen, wie lange sie eben noch in einem Boot mitschippert, dessen Kapitäninnen auch Sympathien haben für Kräfte, die Israel auslöschen wollen. So muss man es ja anlässlich dieser Verlinkung bei Frau Thunberg ganz klar sagen. Irgendwann ist vielleicht auch mal dann der Zeitpunkt da, zum Schwure zu kommen und zu sagen, ja, die Idee ist gut, aber mit diesen Leuten möchte ich sie nicht vertreten. Man sitzt, wie gesagt, mit denen ja im Einboot und auch Frau Neubauer muss sich das wirklich ernsthaft mal fragen, statt hier mit einer trotzigen Geste nach der anderen Haltungsnoten der deutschen Politik zu vergeben. Also wer so hoch auf dem moralischen Ross sitzt, der sollte auch gucken, dass der Gaul wirklich vorankommt und sich nicht in den eigenen Sumpf reitet. Ob man da blind oder vorwärts, ich meine, was sind denn Medien? Medien sind natürlich auch aufmerksamkeitsgetrieben. Das ist ja völlig klar. Es gibt Konjunkturen der Aufmerksamkeit, ganz brusthaft formuliert, was läuft zurzeit in der Ukraine? Ist da noch was? Ist da der Frieden ausgebrochen? Natürlich nicht. Aber es sind jetzt momentan, natürlich sind die vom ersten Platz auf dritten, vierten, fünften abgesunken, weil einfach jetzt momentan die Aufmerksamkeit aus verständlichen Gründen natürlich jetzt der dramatischen Kriegseskalation im Nahen Osten gilt. Das andere, eben was Sie angesprochen haben, diese immer wieder diese offene Flanke von Fridays for Futures hin zum Antisemitismus, muss man schon sagen, die wurde immer wieder weggedrückt, weil sie nicht in deutscher Sprache war, weil man sagen konnte, was ja auch stimmt, das ist international, das ist nicht deutsch, aber natürlich auch, weil es eine doch, ich soll sagen, eine größere Schnittmenge, glaube ich, von Fridays for Future Sympathisanten mit deutschen Redakteuren als von Israel in deutschen Redaktionsstufen gibt. Das muss man sagen, es gibt einfach eine Grundgeneigtheit vieler Journalisten für Grüne, für linke Themen, das hängt was mit der Situation der Journalisten zusammen, mit den Studienwegen, das hängt mit der Bezahlungsweise zusammen, das hängt mit dem Chorgeist zusammen, das hängt mit den Linien zusammen, die man dort schon sieht, in denen man sich anschließen will, es hängt was mit auch mit der Freude daran, wie soll ich sagen, den Chorgeist zu pflegen. Insofern haben die natürlich lange einen gewissen Welpenschutz genossen, muss man sagen, aber ich würde jetzt wirklich erwarten, das jetzt erst einmal gut ist mit Einladungen von Frau Thunberg in deutsche Talkshows und das auch, das wird gleich noch die größere Herausforderung sein, dass bitte schon auch die evangelische Kirche in Deutschland künftig etwas Abstand halten sollte zu Frau Thunberg. Ja, es ist es ja, ich habe es mit Benni vorhin schon mal ein bisschen besprochen bei sozialen Bewegungen und das ist ja auch die Problematik, wenn man sich jetzt in eine soziale Bewegung eingliedert und da irgendwie mitläuft auf Demonstrationen, wenn sich soziale Bewegungen hinstellen und sich zu Themen äußern, die sie eigentlich nichts angehen, weil im Gegensatz zu Parteien ist es ja so, dass sich soziale Bewegungen als ein Kollektiv betrachten, das in sich, in der inneren Organisation erst mal undemokratisch ist. Es gibt dort keine Abstimmung zu irgendwelchen Sachen, die mit allen Mitgliedern irgendwie vollzogen werden. Es gibt ja, die Mitglieder werden ja nicht mal erfasst und entsprechend ist es dann ja auch problematisch, wenn sich jetzt bei so einem Kollektiv Greta Thunberg hinstellt und sagt, ja, Free Palestine und so weiter und so fort und eigentlich möchte man jetzt irgendwie nur fürs Klima mitdemonstrieren. Aber entsprechend... Sie schadet letztlich auch sehr ihrem Anliegen, finde ich. Ja, total. Ich würde mich da jetzt ja null in Mithaftung nehmen lassen wollen. Also wenn man jetzt irgendwie beispielsweise, man ist jetzt Mitglied einem Fußballverein und auf einmal erklärt dreimal täglich der Präsident in allen Kanälen, wie die Migrationspolitik zu laufen hat, wie es sich die Steuergesetzgebung vorstellt, das fände ich auch total abtörend. Und wir haben ja leider einige, ich nenne das keine Namen, aber einige Profivereine in der ersten und zweiten Liga, deren Präsidenten alle Nase lang mit politischen Statements in die Öffentlichkeit gehen. Ich bin bei diesen Vereinen, die ich denke, kein Mitglied, Gott sei Dank. Aber das finde ich auch unangemessen. Es gibt Punkte, da muss man sich selbstverständlich erklären, bei unserem heutigen Thema jetzt zum Beispiel, mich hat jetzt die Erklärung von Bayern München zu dem Solidaritätsposting für Palästina des marokkanischen Fußballprofis in den Diensten von Bayern München nicht überzeugt. Ich finde, da hat sich Bayern München einen Zuschlackenfuß gemacht. Das sind natürlich Punkte, da muss man Stellung dazu beziehen, weil da das Politische ins Kerngeschäft hineinschwappt. Aber ich möchte jetzt mir nicht von Frau Thunberg das Steuersystem in Schweden erklären oder madig machen lassen oder mir irgendwie erklären lassen, wie die Außenpolitik mit Nordkorea umgehen soll. Und es ist einfach ein Problem wirklich, dass soziale Bewegungen, Sie haben es zu Recht gesagt, oft natürlich, weil sie gerichtet sind gegen Tendenzen in der bestehenden Gesellschaft, natürlich einen Überschuss an Welterklärungsehrgeiz haben. Und da will man halt die ganze Welt, die ganze Welt an seiner Leidenschaft teilhaben lassen, was denn geschehen müsse, damit sie anders werde. Aber da kann ich einfach nur sagen, Schulschwänzerin, bleib bei deinen Leisten. Ja, jetzt, was Sie eben vorhin meinten, das stimmt natürlich vollkommen, wenn wir das mal auf Fridays for Future beziehen. Ich werde da wahrscheinlich bei einer Demonstration nie mitlaufen, ganz unabhängig jetzt davon, dass ich die wirtschaftlichen Interessen da nicht vertrete, die die haben, oder dass ich bei der Klimapolitik auch nicht so vorgehen würde. Aber da sind halt viele andere Themen immer mit im Topf. Also die solidarisieren sich auch direkt mit irgendwelchen antifaschistischen Bewegungen, mit irgendwelchen Queer-Bewegungen, jetzt mit Palästina. Und es werden häufig einfach andere politische Bewegungen mit reingenommen, gegen die ich mich, wenn ich da mitmarschiere, ja auch nicht wehren kann. Also ich bin ja dann irgendwie auf einmal Teil davon geworden. Unterschied zu dem bayerischen Spieler, das war übrigens Masraoui, den Sie vorhin, glaube ich, meinten. Da ist ja der Unterschied, dass Masraoui ist ja Mitglied dieses Vereins und das ist dann ein Mitglied, das sich dann äußert und dann muss sich der Verein natürlich irgendwie erklären. Wenn das jetzt eine Greta Thunberg macht, die irgendwie an der Spitze dieser Bewegung steht, dann erklärt sie sich auf einmal von oben herab, erklärt sie für die ganze Bewegung und für alle Mitglieder das, was es dann für das Kollektiv schon wieder sehr schwierig macht. Das macht sie auch sehr schwierig, Sie haben sie eben angedeutet, mitzudemonstrieren, wir erinnern uns ja bestimmt alle noch, als es den heißen Herbst, den heißen Sommer der Corona-Demonstrationen gab, also Demonstrationen, die sich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen gewendet haben. Da hieß es dann alle Nase lang von führenden Politikern und Frau Faeser war da, glaube ich, auch schon vorne mit dabei, schaut bitte genau hin, mit wem ihr demonstriert. Nach dem Motto, wenn also vorne die Aluhut-Fraktion läuft und hinten die Reichsbürger und zwischendurch irgendein Cem-Trail-Fanatiker und dann vielleicht noch einer, der Putin gut findet, dann geht da lieber nicht hin. Das war damals natürlich ein Ratschlag, der gesagt worden ist, um auch diese ganzen Proteste klein zu halten. Also das fand ich teilweise auch fast schon übergriffig zu sagen, also geht da mal lieber nicht hin. Das gab ja auch den tollen Satz, man könne auch, auch von Frau Faeser, man könne auch demonstrieren, indem man sich nicht an verschiedenen Orten aufhalte oder so ähnlich. Also ganz kurios. Und das ist natürlich eine Frage, wenn ich das ernst nehmen wollte, müsste ich diese Frage jetzt auch von Fridays for Future, die ja eh so ein bisschen am Einschlafen sind, stellen. Wenn ihr auf die Straße geht, marschiert ihr damit mit für Free Gaza? Ich muss jetzt noch mal ganz kurz sagen, weil wir es jetzt vorher noch nicht wussten, aber ich habe gerade auf Twitter geschaut, Fridays for Future Germany hat tatsächlich vor jetzt einer Stunde Stellung dazu bezogen und hat da noch mal ganz klar betont, dass sie eben in Deutschland eine Klimabewegung sind und sich auch als diese verstehen und entsprechend haben sie nur noch mal ihre grundsätzlichen Linien wiederholt und die seien, dass sie ja sowohl gegen jeden Antisemitismus sind, auch gegen jeden Hass, der gegen Muslime gilt und entsprechend sich, ja es hört sich so an, eher aufs Klima konzentrieren wollen, was an der Stelle glaube ich auch die beste Reaktion war, die sie hätten bringen können. Ja, aber das war natürlich auch bitter nötig, ich habe es ja vorhin gesagt, bei anderen Fällen haben sie sich auch schon geäußert, nur irgendwann, muss ich wiederholen, irgendwann ist natürlich auch der, der ist fast mal voll dann, also wenn ich mich von der, ich sage es mal von der Mutterorganisation immer wieder distanzieren muss, dann würde ich sagen, warum akzeptierst du dich eigentlich noch als Tochter dann? Warum hast du dann dieses Label noch? Dann sei doch so und sag also, dieser Name ist jetzt so ruiniert, wir hatten ja auch bei Extinction Rebellion, haben wir auch hier einen verrückten, geistigen Vorturner, der also dort auch mit ganz schlimmen Theorien von sich reden gemacht hat und diese Bewegung ist eigentlich dadurch ruiniert, würde ich sagen, Extinction Rebellion und jetzt kann man nur als liberaler Staatsbürger hoffen, dass es mit Fridays for Food das nicht auch noch so geht und falls es doch so geht, dann müsste, würde ich sagen, müsste die deutsche Filiale da einen Cut machen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Teil und wir können gerne noch ein bisschen auf das Thema Demonstrationen eingehen, wo wir gerade eigentlich schon waren, nur noch mal auf einen anderen Part, nämlich noch mal zurück zu den Demonstrationen pro Palästina, die momentan vor allem in Großstädten natürlich und vor allem in Berlin, zum Beispiel in Neukölln auf der Sonnenallee zu sehen waren, wo auch teilweise Gewalt gegen Polizisten es hagelte und so weiter und da natürlich die Frage, die Diskussionen bewegen sich gerade wieder zwischen, vor allem in diesem Rahmen, sollte man das präventiv verbieten? Geht das überhaupt? Also es ist nicht grundsätzlich illiberal und nicht mit unserer Verfassung vereinbar, Versammlungen präventiv zu verbieten? Das ist ja schon möglich, wir hatten ja auch bei, wie gesagt, ich bin jetzt kein Jurist, aber wir haben natürlich bei Corona gelernt, man kann sehr wohl Demonstrationen verbieten. Ich war damals auch schon dafür, das wirklich nur sehr, sehr homöopathischen Dosen zu machen. Teilweise waren das ja auch dann absurde Begründungen und da hieß es dann, ja, da können die Abstände nicht eingehalten werden, obwohl man unter freiem Himmel war, also jetzt die Leute da als passenhaft dahingerafft. Also das fand ich wirklich hysterisch übertrieben und von eigenen Interessen geleitet. Das hat jetzt auch ja der Kanzler nochmal gesagt, man müsse eben im Vorhinein stärker Versammlungen, Demonstrationen verbieten, wenn eben dort antisemitische Parolen zu erwarten sind oder gar Gewaltausschreitungen. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass man, was man glaube ich die letzten Mal auch gemacht hat, die sogenannte Al-Quds-Demo in Berlin verbietet, wo ja auch ein Teil der Slogans wird gerufen werden, der Vernichtung Israels gilt bereits von The River to the Sea, bestreitet Israel das Existenzrecht, weil damit ja das Territorium des heutigen Staates Israel gemeint ist, wo eben nicht mehr Israel sein soll. Man muss damit vorsichtig sein. Ja, ich bin ein überzeugter Rechtsstaatsbürger und halte sehr die liberale Fahne der Freiheit hoch. Trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt gewisse Situationen, die man sich als Gemeinwesen nicht zumuten sollte. Und wenn ich natürlich jetzt wirklich genau weiß, es wird darauf hinauslaufen, dass dort aufgrund bisher gemachter Erfahrungen, aufgrund des Anmelderkreises, der Route, des Personals, das adressiert ist, der Art und Weise, wie mobilisiert wird, sind Unruhen zu erwarten, bis hin zu Ausschreitungen. Dann kann man schon aus Sorge um die öffentliche Sicherheit solche Demonstrationen unterbinden. Wir haben jetzt in Neukölln gesehen, das nutzt manchmal gar nichts. Die kommen dann trotzdem und machen Halligalli, weil sie natürlich den Staat schon gar nicht mehr akzeptieren, weil sie den Staat als schwach erfahren haben und weil sie diese Machtdemonstrationen auf der Straße mögen. Deshalb werden ja auch oft so Filmchen gedreht. Dann war das ja auch schon so in Neukölln. Die Randale werden auch deshalb gemacht, um Filmchen zu demonstrieren, um in Filmen demonstrieren zu können, wir haben die Macht, ihr könnt uns gar nichts. Wir haben dort Filme gesehen, wo junge Männer großteils migrantischer Herkunft dann wirklich ganz aggressive in den Dialog gegangen sind mit Polizisten und dieses Machtbegehren ausgesprochen haben und sich gefilmt haben. Also ohne Unrechtsbewusstsein, ich bin hier, ich kann das sagen, der kann mir nichts. Und oftmals hat die Polizei auch nicht die nötige Rückendeckung durch die Politik. Das soll jetzt anders werden, sagen Herr Scholz, Herr Wegner hat es auch nochmal gesagt, in Berlin möge es zu kommen. Also man muss mit Demonstrationsverboten ganz, ganz vorsichtig umgehen und natürlich ist die Parole allein für Palästina, für Frieden im Nahen Osten oder wie auch immer natürlich nicht verboten. Es kann auch nicht verboten sein für die Interessen der Araber, der Muslime, was auch immer sich einzusetzen, ist doch völlig klar. Es darf nur nicht ein Hergehen mit Vernichtungsfantasien der Gegenseite. Also Tod den Juden, und das meint er letzten Endes, from the river to the sea, geht genauso wenig wie Tod den Muslimen, den Arabanen, den Schäleugigen, den Rothaarigen, was auch immer. Das geht einfach nicht durch Vernichtungsfantasien. Das Traurige ist natürlich, da kommen wir zur anderen Seite, dass zweimal jetzt schon in Berlin pro-israelische Kundgebung nicht haben stattfinden können, weil im Vorfeld die Polizei den Veranstaltern gesagt hat, wir können für deine Sicherheit nicht aufkommen. Das finde ich eine Kapitulation des Rechtsstaates vor einem zu erwartenden Mob. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Der ehemalige Mitglied, ehemaliges Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, Marcel Lute, wollte also einen Marsch einfach nur, aber dann Spaziergang sozusagen in Neukölln hin zu einer Moschee, wo eben die offenbar salafistisch geprägt ist und wollte dort 50 oder 100 Luftballone aufsteigen lassen mit einer Friedensparole. So, da hat die Polizei ihm gesagt, war zumindest heute so zu lesen, wir brauchen also für diesen kleinen Fußmarsch mit 10, 20 Leuten bräuchten wir 100 Schaftenen, um denen zu sichern. Lass es doch lieber, lass es doch lieber. Und dann hat er natürlich vernünftig gesagt, naja gut, da will ich da das Risiko eingehen. Aber wenn man in Berlin der deutschen Hauptstadt gesagt bekommt, mit Symbolen, Worten und Taten, Israel, deine Solidarität zu erklären, kann zu einer Gefahr für Leib und Leben führen, sodass wir als Staat dich bitten, dieses Risiko nicht einzugehen. Dann kapituliert der Rechtsstaat vor seinen Feinden. Und so etwas möchte ich nicht. Solche Schlagzeilen möchte ich nie wieder lesen, aber ich fürchte, wir werden noch durch eine harte Zeit der Bewährung hindurch müssen. Diese Frage nach Verbot der Demonstration macht ja auch diese größere Frage auf, in der wir uns gerade auch in Debatten bewegen. Das heißt, irgendwo zwischen Free Palestine und ja, scheiß Juden zum Beispiel als Äußerung. Dazwischen gibt es dann ja zum Beispiel auch sowas wie Sie eben nannten, from the river to the sea, womit ja vom Jordan bis zum Mittelmeer gemeint ist, was ja insinuiert faktisch, dass die Leute, die die das schreien, ja das Existenzrecht, Israel das Existenzrecht absprechen. Wo zieht man denn da die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und wo beginnt denn Antisemitismus? Ja, das ist auch eine ganz schwierige Frage. Also ich bin ja der Meinung, dass... Das ist ja herausfordernd. Ja, you name it, you name it, ja. Ja, genau. Ich greife jetzt hier gleich zum Rotwein. Ich habe keinen da. Ich muss jetzt hier noch ganz, ganz trocken und ohne alkoholische Hilfe mich hier um eine Antwort drum rumschlängeln. Ich bin ja der Meinung, dass manchmal die Grenzen der Meinungsfreiheit zu eng gezogen werden, muss ich ganz klar sagen. Wir haben momentan eine sehr klagefreudige Bundesregierung, die sich offenbar sehr schnell beleidigt fühlt und dadurch dann gerne auch Gerichte in den Trab setzt. Wir hatten jetzt Frau Schulze, die den Kürzeren gezogen hat, gegen Herrn Julian Reichelt, weil der bei Twitter was behauptet hat, wo sie meinte, das stimme nicht, hat sich dann als, wurde dann vom Gericht bisher als Meinungsäußerung gesehen. Wir haben verschiedene Klagen von anderen Regierungsmitgliedern, auch gegen normale Menschen, die sich im, also nicht, keine Journalisten meine ich jetzt, also keine Medienmenschen, die sich in abschätziger Weise aus Sicht der Bundesregierung über sie selbst geäußert haben. Es wurde neulich jemand zu einer Strafe verurteilt, der eben den Staat beschimpft hat. Also da wird die Meinungsfreiheit viel zu eng gesehen, finde ich. Wir sind hier nicht, wer ein Glas, wie soll ich sagen, wer hier also ein Glaskinn hat, der sollte nicht Politiker werden. Das ist ganz klar und ich bin dafür, Meinungsfreiheit ist mit das Kostbarste, was wir haben und ich sehe es mit einer, ja mit wachsendem Unbehagen, dass von Seiten der Regierenden Meinungsfreiheit, wenn sie zu scharfer Regierungskritik wird, als Majestätsbeleidigung gesehen wird. Wir dürfen nicht unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Hass und Hetze wieder den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung einführen. Das geht ja gar nicht. Anisemitismus ist natürlich speziell in Deutschland, da gibt es natürlich auch angelsächsische Länder, die es anders sehen. Ist ja klar, aber da muss jedes Land für sich verantwortlich sein. Das nützt uns nichts, auf andere zu zeigen. Und wir selber sind ein Land, das da, glaube ich, keinen Zweifel lassen darf. Bei uns ist ja auch die Holocaust-Leugnung unter Strafe gestellt. Ein Engländer versteht das gar nicht. Der würde sagen, ja gut, ist zwar falsch, aber auch falsche Meinungen sind von der Meinungsfreiheit gedeckt. Der Meinung bin ich generell auch. Also wenn ich jetzt sage, was weiß ich, die Erde ist vielleicht jetzt doch eine Scheibe und irgendwie da oben am Horizont, da wird gerade das Wetter von irgendwelchen Großkapitalisten arrangiert, ist das beides Blödsinn. Aber auch Blödsinn ist Meinung und Meinung genießt Freiheit. Dennoch müssen wir in Deutschland, glaube ich, bei Antisemitismus, beim ganz eng, wirklich ganz, ganz eng umrissenen Feld spezielle Grenzen setzen. Einfach um, da sind wir beim Ausgangsthema wieder, einfach um uns auch selbst vor uns selber zu identifizieren als Mitglied einer Geschichtsgemeinschaft, die ihre geschichtliche Verantwortung nicht ausdelegieren kann an andere Nationen. Das müssen wir schon selber tun. Und ich finde gut, dass es diese Aktion der Stolpersteine gibt und die Strafbarstellung der Holocaust-Leugnung und auch das Verbot der antisemitischen Rede sind ja gewissermaßen so mentale Stolpersteine für unsere nationale Seele, die uns als immer wieder daran erinnert, pass da bitte auf, pass da bitte auf. Schau, dass du da der Wahrheit verpflichtet bleibst. Auf diesem Feld ist wirklich Wahrheit unhintergehbar. Bei vielen anderen Fällen ist es zumindest, was die Meinungsfreiheit angeht, lästlich. Wie gesagt, darf man auch sagen, dass Dieter Bohlen ein toller Musiker ist, wäre jetzt auch irgendwie eine skurrile Meinung, aber die darf man vertreten. Aber bei dem hier muss man glaube ich schon sagen, das ist so ein Arkanum, das uns auch auszeichnet, eine Besonderheit als deutsche Nation und deswegen muss man da einfach genauer hingucken. Ja, das ist ja auch der Grund, warum jetzt oder warum der Schutz Israels eben als deutsche Staatsräson gilt. Und dann frage ich sie jetzt ganz zum Schluss doch mal, die Demonstranten, die auf den Free Palestine Demos im Moment sind, die argumentieren ja häufig, dass sie nicht antisemitisch seien, sondern nur antizionistisch, also dagegen sind, dass es einen jüdischen Staat gibt. Kann man das überhaupt trennen voneinander? Sind das Antizionisten oder sind das wirklich Antisemiten, die dann Sachen schreien wie Free Palestine from the River to the Sea? So wie Sie es eben genannt haben, kann man es natürlich nicht trennen, weil wenn ich gegen die Existenz des Staates Israel bin, dann bin ich natürlich gegen Juden, weil natürlich der israelische Staat ja priori nicht ausschließt, aber doch deutlich überwiegend von Juden bewohnt wird. Und weil er eben, das ist ja auch wieder eine Lehre aus der Geschichte, weil er eben das letzte Rückzugsziel ist, wenn der einst wieder einmal katastrophale Zeiten für die Juden anbrechen sollten, dann gibt es dieses Land, das die Heimstätte aller Juden ist und auch wieder werden kann. Also wer den Juden das Recht auf diesen Staat verwehrt und damit auch den Juden weltweit in der Diaspora, diesen hoffe ich gesicherten Rückzugsort, der ist Antisemit, da beißt ihm aus keinen Faden ab. Und wir sehen jetzt ja gerade auch wieder im Ausgangspunkt, wir hatten in den letzten Jahren schon viele, viele Ausreisewellen aus Frankreich beispielsweise, weil dort vor allem durch muslimische Migranten eben doch das Klima für Juden immer gefährlicher, immer riskanter wurde. Und das darf eben in Deutschland nicht auch so werden. Wir haben viel zu lange bei der Einwanderungspolitik weggeschaut. Wie gesagt, es ist gut, wenn niemand kommt. Frau Merkel hat mal gesagt, auch in meinem Buch Widerworte nachlesen, wenn heute Deutschland als Sehnsuchtsort für so viele Menschen wahrgenommen wird, dann stellt uns doch wahrlich kein schlechtes Zeugnis aus. Also man hat gewissermaßen den Zustrom an Migranten als einen Beweis dafür gesehen, dass Deutschland wieder komplett angenommen ist in der Völkergemeinschaft. Man lässt sich gewissermaßen von diesen Migrationsbewegungen gerecht sprechen. Frau Merkel hat ja auch in solchen protestantisch- theologischen Figuren gedacht. Also die Migration als Rechtsprechung gewissermaßen, als Gerechtsprechung deutscher gegenwärtiger Politik. Und das war natürlich also eine moralisch zugespitzte, unrealistische Politik, die die Folgekosten jedweder Migration schon aufgrund der schieren Menge ausgeblendet hat. Wir müssen, glaube ich, heute nochmal wieder darüber nachdenken, aber das wäre schon wieder ein Thema für eine andere Sendung. Was zeichnet uns eigentlich auch als Nation aus? Wir müssen, glaube ich, auch mal wieder über den Nationbegriff nachdenken, weil einfach zu sagen, jeder gehört dazu, obwohl das heute schon eine Herausforderung ist, der sich an Recht und Gesetz hält, ist ein Minimum, ist notwendig, würde ich sagen, aber ist nicht hinreichend. Wir müssen auch denken, darüber nachdenken, was zeichnen uns als Nation aus? Da heißt dann oft, ja, wir Kulturnation, vielleicht sind wir Bildungsnation, vielleicht sind wir aber auch eine Geschichtsnation und welche Geschichten sind es dann? Und man sagt ja auch bei multikulturellen Gesellschaften, das sei ein Schmelztiegel, aber das funktioniert genau mit diesen Geschichten nicht. Die lassen sich nicht einschmelzen. Man kann nicht aus dem, was weiß ich, aus syrischen Nationalepos und daneben noch den Weden und dann vielleicht noch was von den Nibelungen und dann noch irgendwas von Rita Arthus, wie auch immer. Das kann man nicht einschmelzen, weil diese Geschichten den Kern eines jeden Menschen berühren. Der Mensch ist der, der Geschichten braucht, der sich in Geschichten beheimatet. Deshalb brauchen wir gemeinsame Geschichten, damit wir zu einer vereinten Geschichte kommen. Ja, Herr Kistler, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Aber gerne. Ja, habe ich noch eine letzte Frage, nämlich für die interessierten Leser. Sie haben ja schon zweimal versucht, geschickt ihr Buch einzubauen, die Infantile Gesellschaft. Wirklich? Ja. Wahnsinn. So, nämlich, mir liegt, die Hörer sehen es nicht, mir liegt es hier vor und meine Frage ist, Sie meinen eine aktualisierte Version? Genau. Kommt auch noch was Neues rein? Also lohnt es sich das Buch nochmal zu kaufen? Ich würde sagen, ja, es kommt im Dezember raus. Ich gebe jetzt gerade die Fahnen ab nächste Woche und es sind eben die Klimakleber ist drin, Olaf Scholz ist drin, Frau Baerbock ist drin. Ich habe neue Beispiele gefunden. Das Grundgerüst, also die Grundphilosophie ist natürlich die gleiche, da widerspreche ich mir natürlich nicht. Aber viele Debatten haben sich doch fortgeschrieben, verlagert. Ich habe den Greta Thunberg-Komplex, habe ich etwas kleiner gemacht. Dafür sind es eben mehr Klimakleber drin von der letzten Generation. Und es gibt ja auch ganz neue TikTok-Videos von Frau Baerbock, von Frau Baas und von tanzenden Grüninnen. Die habe ich natürlich auch gewürdigt. Gut, da freuen wir uns drauf. Und dann ja, nochmal vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung. Ja, und wir können uns dann dementsprechend natürlich wieder nächsten Sonntag hören. Vielen Dank auch nochmal von mir, Herr Kistler. Und ja, wenn ihr natürlich noch mehr Content von uns haben wollt, wir haben, wie gesagt, 19 Folgen schon zuvor gehabt mit etlichen Gästen von Anna Schneider, über Udo Vetter, Ralf Stegner, einige Namen dabei. Hört da gerne rein. Wenn ihr uns auf Social Media finden wollt, da findet ihr uns unter based-medien auf Twitter sowie auf Instagram. Und über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr gerne freuen. Fünf Sterne sehr gerne auf Spotify geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen, dass ihr unsere Arbeit auch schätzt. Und ja, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.